SPD-Fraktion das Wort. Verehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Nach dem Thema, das wir soeben im Plenum behandelt haben und bei dem ich zum Ende oft dachte, ob die Ernsthaftigkeit Syriens nicht mehr gewährleistet ist, sind wir beim nächsten ernsthaften Thema, nämlich dem Einsatz von biologischen Massenvernichtungswaffen, die zwar, sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, heute in der tatsächlichen Umsetzung durch staatliche und nichtstaatliches Tun nicht groß wahrscheinlich sind. Daher könnten wir uns jetzt einfach machen und uns nicht weiter mit dem Thema beschäftigen, mit dem Tenor, die Gefahr ist weitgehend gebannt, wir Abrüster kümmern uns um etwas anderes, die Vision des Grauens eines Biowaffenanschlags ist eher Stoff fürs Kino. Doch gerade diese Einschätzung, meine Kolleginnen und Kollegen, wäre töricht. Müssen wir doch heute dankbar sein, dass bereits 1925, damals im Angesicht des Ersten Weltkriegs und deren Opfer, das Genfer Protokoll und 50 Jahre später, 1975, durch die Unterzeichnung des BBÜ, Weichen für eine zivilisiertere Welt ohne Biowaffen gestellt wurde. Doch geringere Wahrscheinlichkeit heißt nicht, keine Wahrscheinlichkeit. Sie bedeutet Verantwortung für uns alle in der Politik. Und die letzten Jahre und gerade Syrien lehren uns, wir wissen nicht, wo, wann und wie sich in 15 oder 50 Jahren staatliche Strukturen auflösen. Wir wissen nur eins, und das ist bedauerlich, wir wissen, dass es passiert. Und wir wissen, dass terroristische Gruppierungen die Macht übernehmen können, Regierungen in Versuchung geraten, weil es einfach ist, auf diese massenverachtenden Waffen zurückzugreifen. Mit Syrien hat ausgerechnet einer der Staaten die Kontrolle über sein Staatsgebiet verloren, der zwar Unterzeichner dieses Abkommens ist, trotzdem jedoch weiter an biologischen Waffen gearbeitet hat. Und noch schlimmer, ausgerechnet dieser Staat ist es, auf dessen Gebiet nicht zuletzt Daesh, der sogenannte Islamische Staat, versucht, Strukturen aufzubauen, die als Voraussetzung für die hochkomplexe Arbeit an potenziellen biologischen Waffen gelten. Wir sehen also, die Gefahr ist, wie ich sagte, keineswegs gebannt. Und Kleinreden wert höricht. Gerade wenn wir bedenken, dass bereits ein kleiner biologischer Angriff, beispielsweise durch Terrororganisationen, großen Schaden anrichten kann. Wir erinnern uns noch, wie vor einigen Jahren selbst die Rentnerin zu Hause beim Öffnen eines Kuverts Angst und Schrecken vor einem möglichen Milzbrandanschlag hatte, weil Antrags- und Ähnliches in den Medien nicht nur zu hören war, sondern tatsächlich aufgefunden war. Vorstellungen, an die ich nicht denken möchte. An die körperlichen Schäden, aber an die tiefe Erschütterung eines Sicherheitsbedürfnisses der Menschen, die sich dem potenziellen Angriff dann ständig ausgesetzt sehen. Deshalb ist das BWI so wichtig. Es leistet weiterhin einen essentiellen Beitrag zur internationalen Sicherheit und zu unserer. Und daher ist es notwendig, seine nationale Implementierung weltweit zu verbessern, fehlende Staaten zu integrieren, Vertragstreue herbeizuführen und unserer Bevölkerung zu signalisieren, dass wir für Sicherheit sorgen, im Inland und international. In Deutschland beschäftigt uns damals im Besonderen die Gefahr aus Forschungsergebnissen, die als Waffe eingesetzt werden könnten. Und wir appellieren hier an das hohe vorhandene Verantwortungsgefühl unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir im ständigen Dialog unterstützen müssen und wollen mit der sogenannten Dual-Use-Problematik. Forscherinnen und Forscher, die uns sowohl durch ihre biowissenschaftlichen Erkenntnisse vor gefährlichen Erregern schützen, aber auch durch ihre Beiträge und die Beiträge der Friedensforschung in der Lage sind, unsere Stützung zu geben. Sie brauchen sie von uns. Dieser Zweiklang aus internationaler Vertragstreue zum Biowaffenübereinkommen einerseits und eine national hochverantwortliche Forschung und Wissenschaft kann uns auch weiterhin zuverlässig gegen Biowaffen schützen, in Deutschland, in Europa, auf der Welt. Und deshalb bitten wir für die Koalitionsfraktionen um Zustimmung zu unserer Entschließung. Dankeschön.